Eine Person, die nicht weinen kann, wird manchmal als schwach betrachtet. 5. Mangelnde oder unregelmäßige Nahrungsaufnahme könnte auf Anspannung hinweisen. 6. Viel weinen. Auch über kleinere Anlässe kann ein Zeichen großer Empathie und eines großen Herzens sein. 7. Personen, die leicht über Kleinigkeiten verärgert sind, benötigen möglicherweise viel Liebe. 8. Es ist lohnenswert, sich darum zu bemühen, seine Mitmenschen besser zu verstehen. 9. Lass ein Herz da, wenn dir der Beitrag gefällt und teile es mit deinen Lieblingsmenschen.